Ah, da ist nur ein ... Ah, die haben wir schon. Oh, nice. Trab einfach für den Rücken zu. Jesus. Ich bin tot. Ich habe mich nicht gekriegt, wieso? Und ich habe keinen dritten Backstab gemacht und weiß nicht wieso. Oh, die haben ganz schön ausgetaucht. Ja, ich bin von einem blöden Fackelträger eingesackt worden. Das ist schon irgendwie so peinlich. Oh, da steht er. Da steht er. Bei mir. Oh, da steht er. Oh, du Schwein. Oh, da steht er. Ah, ah, ah! Oh, da steht er. Kann man sich richtig vorstellen, was kann passieren. Mein Timing ist unterirdisch. So, die müssen mich echt so langsam heilen. Das ist nicht gut. Ja, ich bin auch gleich hin. Ich bin hin. Wieso? Ja! Fuck, 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 fuck! Fuck! Was war das jetzt bitte? Ich glaub, der mit Schild in der Hand. Und statt dem, mach ich mal da hin. Steak of Marika, oder? Ja. Kurz ein bisschen anbauen. Was? Kurz ein bisschen anbauen? Ja, ja, anbauen, eh klar. Obst du Gold war, oder soll ich? Kann ich machen. Hab ich ja oben erst, oder? Na, servus. Das ist aber auch so gebootst. Das hat viele gute Werte. Wieviel hast du jetzt in Summe bei Immunity? Ich hab 143 und 161. 522 und 176. Ich hab 161, also ein bisschen weniger als du. Ah, genau. Autsch! Ah, ich bin tot. Ja, das hab sogar ich gehört. Ja, das bist du. Warum? Ja, hab ich mich auch gefragt. Warum soll ich die tot sein? Ja, hab ich mich auch gefragt. What? Ja, da bin ich aufs Replay gespannt. Ich mag das nicht. Was war das für Move? Ich hab's nicht gedacht. Gierig, gell? Schon gierig. Ja. Na, jetzt kommt die dritte. Na klar, na klar. Ja, ja. Na klar. Na, hab ich nicht gewusst, was das, ich hab nicht gewusst, dass der einen Opferschirm gemacht hat, der einen Schaden macht. Ja, eben, das hab ich auch gemeint mit, was war das. Ach so, das hast du gemeint damit. Äh, ja sonst hätten wir uns gehabt, ganz eindeutig. Ich hab aber super schlecht gespielt, gell, ich hab mich ständig treffen lassen vorher. Ja, aber so schlecht, du hast jetzt keinen Schaden gemacht. Ist, weil, ja, äh, das war ja weißt du nicht aus, gell, ich war nicht gewohnt. Ja, ja, ja. Bist du bitte? Was, wirst du nicht? Was? Was dauert das so lang? Was, 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 was? Es gibt Gas. Es ist komplett heiß. Bitte? Es ist komplett heiß. Entschuldigung. Ja, nein, nein, nein. Gehen! Spiel darf ich mich los? Nein! So, ich hab mir keinen Schaden gemacht. Aber ey. Wie ist denn der Angriff? Ich muss vergessen, dass der auch noch kommt. Ach, sch... Ich kann mir auch noch mehr. Echt? Sind wir schon so weit? Okay, okay. Wer hat so schnell noch gerade? Das ist wirklich gut geworden. Muss man einmal anerkennen. Ah! 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 Na, hätte man nicht gedacht. Jetzt war es ganz schlecht. Hier komm, rennen zu schnell. Böse Baum. Ja, ich hab's doch gesehen. Natürlich. Wow. Jetzt gibt's Tour für das Abitur. Nice. Ja, da rennt einfach rein. Hier muss ich mal meine ersten Drehfahrer holen. Ich hab mich schon im Kieker. Ja, genau. Wow. Wow. So, das ist jetzt für... Okay. 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 Oh, das macht schon was. Ich glaube, das ist nicht so viel gemacht. Ich bin wieder geloofd. Fuck. 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 Er wird nicht verheißt offensichtlich, gell? Ah. 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 Wir probieren es nur. Aber... Ich stehe es wieder. Ah, ich stehe es wieder. Ich stehe es wieder. Ich stehe es wieder. Ich stehe es wieder. Und ich stehe es wieder. Also das mit dem Eis bringt nichts offensichtlich. Das ist für Teufel ein. Nur Teleport. Einfach Teleport. Nicht so gut. Oh, ist in Ordnung. Ah, doch. Fuck. Das ist lächerlich. Hier rein und rein, da bin ich bei ihm dabei. Und du darfst ihn wieder teleportieren. Ah. Peitschenschwanzschlag. Auf mich wahrscheinlich, ja. Nicht schlimm. Wir waren schön. Alles nicht schlimm. Fuck. Muss man jetzt? Oh. Ah, ja. Achoo. Fuck. Und schüttelt oben gewesen. Oh. Und schüttelt oben gewesen. Oh. Geht. Oh. Oh. Da hat er noch zu viele. Oh. Oh. Wo ist auf die? Ja. So ein zweitgriff? Ah ja. Schau. Ich fürchte einen riesigen Grab kommen. Nein, das ist der Zelle Bär, oder? Nein, das ist der Zelle Bär. Wollt ihr den? Ja. Dass ich irgendetwas mache bei dem Kampf. Wo? Fucker! Gewastet! Gewastet! Ich mochte jetzt wieder. Wo? Woh! 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 Er hebt mich auf. Ja, lass dich wiederholen. Komm, stell auf! Geh bitte! Woh! 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 Ich hab gesehen! Hoppt! Yes! 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 Was ich da jetzt mit dir gemacht hab... Schaden, glaub ich, du hast fast alles zugemacht. Woh! Woh!